Musik Wir kommen mit Studierenden aus allen Fachbereichen und ganz unterschiedlicher Nationalitäten zusammen und bringen ihnen die Gründungslehre ein Stück mehr. Musik Zusammen mit der CEDES drehen wir im Studio und bei spannenden Start-ups Lehrvideos, um die Gründungslehre noch greifbarer zu machen. Wir helfen Lehrenden, neue Lendenzepte für die Gründungslehre zu erstellen und bieten ihnen eine von uns entwickelte Austauschplattform, die ELEM. Musik Gemeinsam mit Studierenden haben wir Spaß, entdecken immer wieder neue Ideen und lassen uns von einem immer wechselnden Umfeld inspirieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020